Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Clash of Clans und ja, wieder auf dem Kanal von Tipps and Twigs, wo ihr euch gerade befindet und für diese Folge habe ich mir vorgenommen ein paar Replays zu zeigen und dann einen Live-Angriff zu machen, weil ich gehe nachher auf jeden Fall noch in dem Boost, ihr seht, ich habe wieder einen Bauarbeiter frei, als erstes kann ich hier noch ein bisschen den Baum abbauen, um noch ein paar Juwelen zu kriegen und ja, wie ihr seht, immer noch wieder und immer noch eigentlich immer noch 6 Millionen Elixier und immer noch die Drachen am Upgraden im Labor und nicht in der Kaserne, habe ich mich das letzte Mal versprochen, Entschuldigung dafür und ja, fangen wir an mit den Replays, ich habe jetzt eigentlich noch keinen weiteren Angriff gemacht von der letzten Folge, aber ich wollte euch eigentlich diesen Angriff hier mal zeigen und da habe ich mir Truppen angegriffen, die ich eigentlich spenden wollte, weil ich habe eh genug Elixier, da kann ich auch ein bisschen was spenden, habe ich dann auch gemacht, aber die Truppen waren dann auch übrig und da habe ich mir gedacht, greifst du einfach mal Yolo Moradolo hier an, wie ihr seht, war auch nicht wirklich überlegt, ich habe mir einfach gedacht, ja, die Truppen willst du jetzt mal loswerden, damit du weiter mit Barge angreifen kannst, also Baban und Bogis das war auch vor der Schule, also relativ früh und da habe ich mich jetzt auch nicht wirklich bemüht, ordentlich anzugreifen, einfach die Truppen irgendwie gesetzt, aber hat eigentlich soweit gut hingehauen Ich hoffe, ich habe auf jeden Fall jetzt schon den ganzen Loot und kriege aber keine 100%, wie ihr schon gesehen habt aber ja, ist mir eigentlich total egal, ob ich jetzt 100% oder nicht, aber auf jeden Fall habe ich den ganzen Loot hat sich der Angriff von Elixier her höchstens ein bisschen gelohnt, obwohl, wie gesagt, Elixier mich überhaupt nicht kümmert, spüren wir mal ein bisschen vor und ich hoffe, euch gefällt jetzt die Qualität vom Video, ja, hier habe ich noch meinen Heizopper gesetzt, einfach weil ich den loshaben wollte aber naja, eigentlich, was ich sagen wollte, ich hoffe, euch gefällt die Qualität jetzt vom Video, ich nehme, wie nach der ersten Folge gesagt, mit Fraps auf ich habe dann eine kleine Anmerkung gemacht, dass ich mir in der zweiten Folge dann mit Fraps aufnehme und wie gesagt, ich nehme jetzt immer noch mit Fraps auf und ja, mal gucken, was wir so in der Clanburg haben naja, jetzt sind Level 3 Drachen und Level 5 Magier so, jetzt wollte ich euch eigentlich noch diesen kleinen Angriff hier zeigen von Alex, Sache ist süß, hat er eine kleine Raffa vorgenommen und ihn einfach mal gesweestert ähm, nur mit Barch ah ne, der hat noch Lakaien mitgehabt diese Lakaien sind auch nicht zu unterschätzen, aber ich will auf jeden Fall dunkles sparen, weil ich den Baba-König noch hoch machen will und hier die dunklen Truppen Level 3 hauen die eigentlich schon, ja gut rein und er kriegt ihn einfach nur 100% ok, er hat die Magier-Türme noch nicht so hoch aber trotzdem 100% schon erstaunlich mit dieser Armee-Zusammenstellung ok, er hat die Minen, das sehe ich erst jetzt, er hat die Minenwerfer ja im Update Upgrade, wie auch immer und ja ok, hängt ein bisschen, liegt aber grad an Computer ok, jetzt müsste es wieder gehen so er holt auf jeden Fall den ganzen Loot, hat hier eine schöne Rache verübt feiere ich irgendwie und ja kriegt ihn jetzt noch 100% könnt ihr eigentlich weg machen gibt es nicht mehr viel zu sagen und jetzt wollte ich euch noch ein paar Ausschnitte vom Clan War zeigen und dann auch noch den Live-Angriff heute mal ein bisschen geplantere Folge, sonst mache ich ja einfach hier die Lalo, was mir gerade einfällt, heute mal ein bisschen geplant oh, wie sieht denn der Klang aus hab hier mitzumachen ich wollte ja auch meine Base erst max machen, auch mit den Mauern bevor ich an Clan War teilnehme weil ich dann eh sofort hochgehe kann das vielleicht noch dauern, bis ich an Clan Wars richtig teilnehme auch irgendwie, ich habe irgendwie keine Lust in letzter Zeit auf jeden Fall gucken wir hier mal den ersten Gegner an, den wir getustert haben lade, 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 lade ok, gut so mal gucken, wie er angreift mit Drachen ok, der typische halt irgendwie wird die Drachenangriffe ich finde die in letzter Zeit so langweilig alle greifen im Clan Krieg mit Drachen an hösten, also nicht allgemein, ich meine jetzt bei unserem Clan und das ist irgendwie nicht mehr feierlich aber naja was soll's was kann man hier noch dazu sagen greift halt mit Drachen an geht von unten links rein oh, sogar einen Level 4 Drachen in der Clan Book gehabt sein Babakönig ist tot seine Heldin ist auch tot also seine Königin und ja haut jetzt eigentlich alles nur noch weg können wir auch mal kurz vorspulen ich finde die Drachenfels immer noch nicht so interessant aber ich lass den jetzt einfach mal durchlaufen weil ich den jetzt schon angefangen hab und das ist der erste Kampf also vom ersten Platz der Kampf lass ich ihn einfach mal durchlaufen ja, nix spannendes Rathos Level 9 hat die ähm Luftabwehr noch nicht so hoch hat die Mauern auch nicht so hoch da hätte man auch gut mit Go-Wipe angreifen können aber naja eigentlich ist das eine ganz schön schlechte Rathos Level 9 Base wenn ich das mal so sagen darf aber geht denn das Seine ne ich bin ja auch als erstes viel zu früh hochgegangen das war ja auch mein Problem sorry für die kurze Unterbrechung musste kurz noch was erledigen und ja gucken wir jetzt direkt mal den zweiten Angriff an nur einen Stern trotzdem mal interessant ich würde mir das gerne mal mit euch angucken und ich hab diesmal hoffentlich in dem Video nicht vergessen die Maus auszublenden kommt irgendwie atmosphärischer halt wie am Tablet oder am Handy wie man's halt spielt ich weiß nicht ob das besser für euch ist oder mit Maus ist mir eigentlich relativ egal wenn irgendjemand da Wünsche hat kann er das gerne in die Kommentare schreiben und ja er greift hier mit Drachen und Barbaren und Bogenschützen an auch komische Angriffsstrategie er will glaube ich nur die 50% kriegen was ich eigentlich nicht verstehe ja okay er hat schon ein paar Drachen mit aber trotzdem eigentlich eine richtig schlechte Armee Zusammenstellung wenn ich das mal so sagen darf vielleicht mach mal wieder auf einen sonst leckt das ein bisschen naja was soll man zu dem Angriff sagen ich finde den nicht gerade wirklich gut aber ich finde eigentlich die Truppen der Angriff ist nicht wirklich schlecht der kriegt hier eigentlich noch 50% die Queen hat sich leider nicht mehr das Rathaus geholt ich finde mal die ähm Zusammenstellung von den Truppen nicht ganz so gut ja passiert jetzt nicht viel die Queen macht das typisch und schießt auf die Mauer aber ich glaube das Rathaus war auch gar nicht mehr in der Range von der von der Boogie Königin und ja gucken wir jetzt nochmal auf die besten zwei Angriffe nicht die besten zwei Angriffe von ähm ah unser erster wurde noch gar nicht angegriffen ich meine natürlich unser ersten beiden Plätze die Angriffe an ja jetzt von Julian aus meinem Clan hat auch noch eine früh hochgegangene Level 9 Base sogar noch früher halt aber die juckt mich nicht können sie gerne machen wie sie wollen er hat auf jeden Fall die Boogie Königin schon Level 8 das ist auch mal ein Level da kann man auf jeden Fall richtig nice farm dann mit der Boogie Königin er lässt sich richtig Zeit am Anfang greift mit zwei Loons zehn Mauerbrechern ein Boogie ein Barbar äh drei Barbaren und elf Magiern an und 22 Hox ein Golem aus der Klamburg eigentlich ist das nur auch eine ganz komische Aufstellung er wollte jetzt hier mit den mit den Ballons denke ich mal die Klamburg locken locken hat aber leider nicht so gut geklappt dann gucken wir was er als nächstes macht irgendwie grad spannend okay er überlegt anscheinend ich werde jetzt mal von unten reingehen oder von oben von oben könnte man das Rathaus noch snacken aber er greift ja mit Hox an nicht mit Go Wipes ich grad hab ich ganz vergessen okay er geht jetzt da unten ein bisschen rein will immer noch die Klamburg locken wie es aussieht aber oder erstmal die Bombenfeigen das ist glaube ich eine Anti-Hock Base ich weiß nicht ob das so gut ist hier mit Hox anzugreifen aber der hat die schon max vielleicht da deswegen mal gucken jetzt okay er hat die Klamburg schon mal rausgelockt und will die jetzt bestimmt erstmal zerstören mit Magion denke ich mir oder mit seinen Helden what did he do okay er setzt seinen Golem im Klamburg setzt er den Golem und dann seinen eigenen Golem und probiert mit Magion dann erstmal die Klamburg zu zerstören einen Golem hier oben gesetzt einen unten gesetzt und ja ich finde die Angriffsweisen immer ein bisschen komisch ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll wo kommen jetzt die Hox hin mit Hox und Golems angreifen ist was Neues wenn es klappt wäre ich erstaunt aber er hat leider ja nur einen Stern geholt und außerdem ist das ja der Gegner vielleicht ist er auch ein bisschen geistlich verwirrt die Queen vom Verteidiger von Julian Regel auf jeden Fall die Hox sind schon in der Mitte aber am Ende kann er hiermit eh nichts mehr viel Schaden machen weil die Helden sterben auf jeden Fall nicht und die Magier kriegen die Helden auf jeden Fall nicht da und das Radhaus bleibt auf jeden Fall stehen ja können wir jetzt mal schon vorspulen auf jeden Fall mit Geschwindigkeit was noch so passiert wie gesagt passiert nicht viel jetzt nur ein paar Prozente geholt und da unten kommt der Magier langsam immer näher aber die Bogey Queen regelt nicht aber die Zeit ist um ich dachte die Bogey Queen hatte noch die Range bis dahin aber wäre jetzt die Zeit nicht um hätte er sogar noch das Radhaus gekriegt also naja aber mit Max Hox mit Max Hox mit Max Hox Entschuldigung dafür so eine Base anzugreifen und da nicht zu gewinnen also nicht mal Tuster ist auch schon bisher erwähnlich würde ich jetzt mal sagen und ja das war jetzt noch eine kleine Folge noch ach ja den Live-Angriff wow fast vergessen der Typ besturmen und suchen wir mal direkt rein und danach gehe ich oh der Erste Alter Leute der Erste was schluss in Deutschland was schluss nice auf jeden Fall hier den Magiaturm ok so ein bisschen den Magiaturm verwirren dann direkt die Minen snacken ich hoffe meine Maus hört man jetzt nicht zu sehr so dann müssen wir hier unten noch durchbrechen ich hole immer das Elixier mit obwohl ich 6 Millionen habe einfach weil das dann besser aussieht im Angriff weil ich dann mehr Loot gefarmt habe aber ist ja eigentlich Wain und darum lasse ich das jetzt auch mal auf jeden Fall will ich noch die 50% darum mache ich mal die toten Bauhütten da weg und hole mir jetzt hier noch die Goldminen die sind mir auf jeden Fall noch am wichtigsten so auf jeden Fall ich kriege den Loot richtig nice wäre ja auch ein bisschen peinlich wenn ich den jetzt nicht gekriegt hätte hier hole ich mir auf jeden Fall noch den Loot beziehungsweise die Prozente weil Elixier brauche ich wie gesagt nicht sage ich eigentlich jede Folge ich finde das so scheiße dass man die Mauern jetzt von 7 auf 8 nicht mehr mit Elixier machen kann richtig schade aber naja kannst du nichts machen hoffentlich kriege ich die Prozente noch hier oben gehe ich noch rein hier lenke ich noch ein bisschen ab das dunkle könnte ich mir eigentlich necken aber das Gold ist mir schon ein bisschen wichtiger warte jetzt bis der Minen verschießt jetzt setze ich meine Bogeys ach ich hab noch ne Clamboot mit nem Drachen aber ich glaube die hebe ich auf falls ich die Prozente nicht kriege setze ich die ich glaube ich krieg die Prozente nicht aber ich will jetzt nicht extra einen Drachen opfern oh ich hab keinen Blitzzauber wie machen wir das ich kann mir die Kaserne holen wenn der Babakönig nicht in Reichweite ist ach was soll's ausprobieren wie bei der hier war unnötig aber wie gesagt ich hab eh genug oder war doch nicht unnötig ich glaub die wären gestorben okay dann brauche ich mich dafür nicht mehr entschuldigen dass ich dumm angreifen das war sogar recht schlau habe ich 50% auf jeden Fall noch geholt und direkt der erste Gegner so ein Loot das heißt auf jeden Fall jetzt wird geboostet natürlich Offscreen ich hätte sogar Bock hier 2 Stunden aufzunehmen Boost mal in meinen hochzuladen aber ich booste natürlich am Tablet und nicht am Computer am Computer dauert das Suchen ein bisschen länger halt wenn ich durchtappe wenn ich weitergehe dauert das ein bisschen länger beim Laden darum busse ich lieber am Tablet und ja dann würde ich mal sagen danke fürs Zuschauen und haut rein über eine Bewertung würde ich mich natürlich freuen